Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Kaki-Kuchen. Der Kaki-Kuchen ist ein feiner Obstkuchen. Für 1 Kuchen werden folgende Zutaten benötigt. 600 Gramm Kakis 300 Gramm Weizenmehl Type 405 150 Gramm Butter oder Margarine 150 Gramm Zucker 3 Eier 2 gestrichene Teelöffel Backpulver Halbe Fläschchen Butter Vanille Aroma Puderzucker Garnitur Prise Salz Butter Folgende Utensilien werden benötigt. Tartform oder Springform O 26 cm Kuchengitter Schneebesen Küchenmaschine mit Rührbesen oder Handrührer mit Rührbesen mit einer Rührschüssel Teigschaber Küchenwaage Küchenpapier Messer Schneidebrett Zubereitung Das Backrohr auf 170 Grad Celsius vorheizen. Die Backform einfetten. Die Butter nun mit dem Zucker und dem Salz vermengen und dann gut schaumig schlagen, rühren. Die Eier und das Vanillearoma nach und nach unter ständigem Rühren zugeben und dann auch das Mehl mit dem Backpulver vermischen und nach und nach unter die Schaummasse rühren. Jetzt etwa ein Drittel der Teigmasse in die eingefettete Form füllen. Die Kakis kurz waschen, dann vierteln und schließlich in kleine Stücke schneiden. Die Obststückchen mit dem restlichen Teig verrühren, aber die Frucht dabei nicht zerdrücken. Die Teigmischung in die Form füllen und glatt streichen. Den Kuchen im vorgeheizten Backofen ca. 50 Minuten backen. Den frisch duftenden Kuchen nun noch in der Form abkühlen lassen und dann auslösen und auf einem Kuchengitter fertig auskühlen lassen. Als Beilagen eignen sich Kaffee, Tee, Vollmilch oder heißer Kakao, Schlagsahne oder Vanillesahne. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!